Moin moin und herzlich willkommen. Ihr müsst die neuste Errungenschaft der geheimen Universität sein. Herzlich willkommen zurück zu Oblivion. So und wir haben jetzt keine aktive Quest, aber Tränen des Retters. Julien erzählt die Geschichte eines Retters, der sich auf die Suche nach einem Relikt namens Immervlies Krug machte. Hier soll er in der Lage sein, einen endlosen Wassersprung fließen zu lassen. Offenbar hatte er ihn gefunden, aber eine Kreatur, die den Krug bewachte, freu ihn auf irgendeine Art und Weise ein. Das führte dazu, dass die Tränen, die er vergoss, als ihm klar wurde, dass er bei seiner Quest versagt hatte, ebenfalls zu Eis erstarrten. Julien nannte mir ein Buch, Ritteruntergang, das sich im 1. Ausgabe-But-Laden-Markt-Viertel-Emp. Erstehen solle, falls ich mehr erfahren will. Wollen wir das eben machen, bevor wir mit der Hauptquest weiter machen? Ich würde sagen, ja. Wie spät haben wir es? 10 Uhr. Es stürmt. Beziehungsweise gebittert. Kaufen wir mal das Buch. Ich bin jetzt neugierig. Bevor wir uns auf den Weg zur Hauptquest wieder machen, können wir das eben einmal machen und gucken. Klingt schon doch ein bisschen interessant. Die Tränen eines Ritters, die eingefroren sind. So, die Kaiserstadt-Arena ist ein... Ja, okay. Wollte ich wieder nicht lesen. Hallo! Hallo! So, und auf zur Erstausgabe. Gruß euch. Wusstet ihr, das ist eine offizielle Bestellung. Hier. Die Erstausgabe. Ja? Hi. Ähm... Ich habe schon viel zu viel gesagt. Ihr versteht schon. Meine Kunden erwarten absolute Diskretion. Okay. Ähm... Erläuterung, Band 3. Ich hatte ein Exemplar von Band 3, aber Gwinas hat es schon abgeholt. Es tut mir so leid. Ach so, das war das. Ja, okay. Was darf ich euch anbieten? Das haben wir ja schon. Ähm... Welches Buch suchen wir jetzt nochmal? Nicht das Amulette der Könige. Das Rote Buch der Rätsel. Der letzte König der Eiladen. Äh... Nicht die Barbarantia. Brüder der Finsternis. Die Flüchtlinge. Die Wildelfen. Die Wolfskönigin. Die östlichen Provinzen. Diebe der Dunkelste Finsternis. Ein Kinder-Anuart. Ein weniger anstößtes Glied. Äh... Nee. Geschichte der Dvema. Geschichte des Schlösserknackens. Grenze, Eroberung. Grundlagen der Alchimie. Herausforderung der Waffenschmiede. Leitfäden. Mythos oder Bedrohung. Ein Gaster Quartar Quarkis. Reinigendes Hut. Ritteruntergang. Das ist es. Ja. Ich habe den Ritteruntergang bei Finitas im Erstausgangbuchladen im Marktviertel gekauft. Ich sollte es lesen, um mehr über Garidans Tränen zu erfahren. Gibt sie vielleicht, äh... Urkunde der Magier-Gilde? Waffenhandbuch? Ne, lassen wir mal. Über Oblivion, Zauber... Ähm... So, ähm... Wo ist denn das? Achso, das hier? Ja... Frag ich mal dazu. Und das hier auch? Äh... Ritteruntergang. Nachdem ich den Ritteruntergang gelesen hatte, wusste ich, dass Garidan den Immer-Flies-Krug an einem Ort namens Eisfeuerhöhle gefunden hatte. Sie liegt angeblich in den Bergen östlich von Bruma. Mit Hilfe einiger Hinweise aus der Geschichte, war ich in der Lage, sie auf meiner Karte genau zu bestimmen. Ähm... Das Buch erwähnt auch den Gebrauch speziell veredelter Frostsalze, um in die Höhle zu gelangen. Ich sollte mit Strasser oder Julienne darüber sprechen. Okay, das machen wir später, wenn wir die Frostsalze haben. Dann machen wir erst einmal vielleicht doch die Hauptquests. Äh... Paranoia... Der Vater Morgenröte. So, ähm... Dann bleiben wir erst mal dabei. Moment. Ich muss hier hin? Moment. Ach, cool. Y ist, äh... Das ist ein... Grab von Prinz Kamariel. Warte mal. Ähm... Tamina hat folgende Nachrichten in den Büchern entdeckt. Der grüne Kaiserweg, wo der Turm die Mittagssonne berührt. Ich soll zum grünen Kaiserweg neben dem Kaiserturm gehen und mich dort etwas umsehen? Jetzt verstehe ich das! Das ist die Morgenröte. Das ist das Symbol der Morgenröte. Das ist es, was ich suche, aber... Was muss ich jetzt hier machen? Ich... Ich... Ich hab das schon... Jetzt entdeckt. Was muss ich hier machen? Ich drücke jetzt E. Wie ein Beklopfter. Die Fliegenpilze lasse ich mal. Aber was muss ich jetzt genau machen? Ich hab die Hinweise in den vier Bänden von Manka Kamoran zu einem Grabstein auf dem grünen Kaiserweg verfolgt. Zur Mittagsstunde erschien auf dem Grabschein eine Karte von Sirodil. Die Position des Schreins der mythischen Morgenröte war darauf markiert. Ich muss zum Schrein gelangen und das Amulett der Könige finden. Okay, das... Das finde ich jetzt sieht richtig nice aus. Ich halte das mal ganz kurz so, damit ich das äh... Jetzt kriege ich davon machen kann später. Für... Fürs Fund Nel. Denk daran, dass unbefugtes Betreten von Räumen im Kaiserpalast als schweres Verbrechen gilt. Bleibt im Erdgeschoss oder im ersten Stock. Ich gehe dahin, wo mich die Quest hinführt. Okay, das... Das war jetzt einfach nur so geraten, wie ich das irgendwie rausfinde, was ich da machen muss. Weil drauf klicken hat irgendwie anfangs erstmal nichts gebracht. Was ist los? So. Höhlen beim Ariussee? Okay. Die Hauptquest. Die Hauptquest. Vom... Also... Vom Grundspiel. Die Hauptquest. So rein theoretisch könnten wir jetzt anfangen, für die Diebelsgilde und dunkle Bruderschaft aus dem Parkfest zu machen. Da würden wir zwar ein bisschen was an Ruf verlieren, aber... Ist dann, äh... nicht mehr so schlimm. Warte mal. Eine Sache habe ich vergessen. Ja. Wenn wir das nächste Mal einen Schrein finden oder eine Kapelle oder so, einmal kurz beten, dann wir die, äh, den Fluch hier von uns losreißen können. Aber ich liebe die Musik einfach nur. Also werden wir da gleich wieder angegriffen oder... Gibt's Ruhe? Okay, irgendwas will mich hier angreifen. Ach ne. Mist. Komm. so ich glaube ich muss noch kurz mein schwert reparieren und den rest auf waffenschmiede hat sich verbessert sind wir schon bei 61 neues so schwere rüstung kriegen wir auch noch schnell auf 100 würde ich sagen wiederherstellung auf machen wir auch jetzt eben direkt ich hoffe die sind weit genug entfernt von uns ich merke ich muss gleich niesen ich hoffe ich kann das irgendwie unterdrücken oder wieder zurück dinge sind dass jetzt nicht niesen muss aber ich merke gerade in nase kitzels ich weiß nicht ob ihr das kennt obwohl jetzt wenn ich okay das kennen bestimmt auch einige wenn man sie zu sehr darauf konzentriert dann muss man nicht mehr dann muss man nicht mehr niesen da kann sein dass gleich irgendwann im laufe der folge irgendwie so was passiert weil ich mir jetzt zu sehr darauf konzentriert und da liegt er immer noch kann es sein aber dass das dass der ogre vorhin einfach so nachgespawnt ist dass ich genau in dem moment da erschienen bin also spawnen sollte das sogar bis dahinten geflogen dort stück stein salze der abkunde mal haben wir überhaupt wir haben das zeug nicht verkauft wir können nur noch sieben kilo mit uns schleppen müssen wir gleich in schädel nache machen die sachen verkaufen gehen die sachen So. Ui, da war ein kleiner Ruckler. Und da muss natürlich auch ein Löwe sein. Ich glaube, das hatten wir damals auch schon zurückgelassen. So. 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 Ich bin fasziniert, wo überall hier noch was ist. So. Gerade da an der Hüfte, diese Dorn, die noch raushängen. Ich brauche da komplette Sets. haben wir hier eine braune kanne und eine steintasse dahinten ist ein bambi dahinten ist auch noch ein dorf roland jenzericks hütte wer ist jetzt roland jenzerick okay das habe ich jetzt nicht erwartet dass ich hier hochschaffe so wir gehen jetzt mal noch bis ich bin mir nie sicher wie ich diese stadt richtig aussprechen soll das ist doch ein zweihänder und den trägt er einfach mit nur einer hand ich habe kurz was vergessen ja zweihändig trägt damit nur eine hand und 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 Der Weg gleich auf uns zu rennen. Ich sehe schon. Achso, ich dachte schon, der ist jetzt. Wie viel Leben hat er? Okay, der hält schon viel aus. Einmal kurz überprüfen, ob er wirklich tot ist. War die gerade sehr interessant, sehr spannend zuzusehen. Gibt es keine Erfahrungspunkte als Zuschauer? So, ich würde es feiern, wenn es wirklich dann so Erfahrungspunkte geben würde und dann auch noch so gewisse Perks dafür, die einfach nur nutzlos sind, dass du dann irgendwie so einen Perk bekommst, dass du jetzt 20% besser zuschauen kannst oder so. So, ich würde dort feiern, einfach diesen Skill. So, die Sonne geht unter und wir sind jetzt in Scheidenal und ich muss jetzt ganz schnell was verkaufen, Platz im Inventar schaffen. Nee, äh... Hier. Der Marschreiter verkauft und repariert Waffen und Rüstungen. Kann ich euch helfen? Ich bin Tertia Viduzia. War ich hier noch nie? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ähm... Ich möchte euch was verkaufen. 1000 Gold hätte sie. Starb der Würmer. Würde ich nichts für bekommen, aber den behalte ich mal. Äh... Glimmiger Brustpanzer. Wie jetzt. Ach komm, scheiß drauf. Weg damit. Daran habt ihr viel Gold verdient. Ich hab... Ich hab's unter Wert verkauft, ja. So, davon kaufen wir uns jetzt mal neun. Beehrt uns bald wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. So, jetzt hab ich aber... Immer noch zu... Ach, genau. Die Kapelle. Die müssen wir aber noch besuchen. Und uns von allen Flüchen befreien. Hallo. Hallo. Ihr habt ja heute bereits euren Segen erhalten. Wie jetzt. Kann ich hier warten? Äh... Äh... Stunde, Stunden. Warten. Okay. Okay. Freude, der Glaube hat eure gebrechende Halt. Ah, ja. Perfekt. So muss das sein. Jetzt müssen wir bis zu diesem einen Fluss See Und haben nur die Höhle nicht entdeckt War das hier schon so, dass man Der ist komplett in Vulkanglas Getustet Mist Okay Naja nicht ganz aber vieles Ich muss wieder rat gewinnen Solche Kämpfe Mir anzusehen Wo jetzt manchmal doch schon sehr spannend ist Zu schauen ob oder wer gewinnt Mist Hey Alter Die Höhle beim Arius See Hier waren wir doch schon mal Milchgiestel So Müsst ihr jetzt speichern Ich habe die Höhlen beim Arius See erreicht Der geheime Schreien der mythischen Morgenröte Muss sich irgendwo im Inneren befinden Vielleicht einmal Nur zur Vorsicht Alles reparieren Wartet er auf uns oder Was Was wir mit dem reden Oder was Der Tag bricht an Begrüßt den neuen Tag Willkommen mein Bruder Es ist schon spät Doch der Meister hat noch Arbeit für willige Hände Okay Ihr dürft den Schrein betreten Harrow bringt euch zum Meister Er wird euch zum Diener von Fürst Dagon weihen Säumt nicht Die Zeit des Wartens ist fast vorüber Die Zeit der Reinigung ist nahe Äh Quest aktualisiert Dagon-Spray Harrow wartet dort drinnen Ihr solltet nicht mehr länger warten Okay Ich bin Harrow Wächter des Schreins von Dagon Ihr seid dem Pfad der Morgenröte gefolgt Den der Meistermann Karkamoran In seinen Schriften verborgen hat Damit habt ihr euch euren Platz Unter den Auserwählten verdient Ihr kommt gelegen Ihr habt vielleicht die Ehre Durch den Meister selbst In den Orden aufgenommen zu werden Als Mitglied des Ordens Der mythischen Morgenröte Erhaltet ihr dank der Großzügigkeit Des Meisters Alles was ihr braucht Gebt mir eure Habe Und legt diese Robe der Novizen an Ich mach mal mit Ich glaub das kriegen wir gleich wieder Sehr gut Folgt mir Ich bringe euch zum Schrein Ich glaub wir kriegen das gleich wieder Ansonsten lade ich nochmal neu Der Morgendämmer Hier? Okay Schreit von Dagon Grüßet den neuen Tag Lobet ihn Drachen Ich dachte das ist der Ruimton Lobet ihn Lobet ihn Habe ich überhaupt noch was Habe ich überhaupt noch irgendwas Habe ich überhaupt noch irgendwas? Hier wurde halt alles abgenommen Die Zeit der Reinigung Die Zeit der Reinigung rückt näher Ich werde nun ins Paradies gehen Ich werde zum Beginn der Dämmerung mit Fürst Dagon zurückkehren Grüßet den neuen Tag Bruder Mankar Kamoran ist mit dem Amulett der Könige in sein Paradieses Wir haben einen neuen Bruder der sich in die Dienste von Fürst Dagon stellen Möchte Tretet vor Novize Ähm Ihr seid hergekommen um euch in die Dienste von Fürst Dagon zu stellen Dieser Pakt muss mit dem roten Trank besiegelt werden Mit dem Blut der Feinde Fürst Dagons Nehmt den Dolch und bietet Fürst Dagon den roten Opfertrank als Versprechen Für das Blut eures eigenen Lebens das am Ende ihm gehören soll Muss ich das machen? Fürst Dagon dürstet nach dem roten Trank Ich weiß es Stillt seinen Durst Ich weiß es nicht Gelius Achso hier Mysterium Xarxes Ich habe den Geheimnis von Xarxes Das Buch über die Geheimnisse der mythischen Morgenröte Nun muss ich von diesem Ort fliehen und zum Wolkenherrschertempel zurückkehren Ähm Fürst Dagon erwartet eure Seele in Oblivion Der hat meine Sachen oder wie jetzt Ah ne warte Ich muss Harrow erledigen Seid dankbar dass ihr die Ankunft von Fürst Dagon nicht mehr erleben werdet Fürst Dagon Der Ungläubiger Mist Kann ich eben schnell Ich habe keine Halche Ich glaube ich werde gleich sterben Wenn ihr die Reinigung von Fürst Dagon nicht mehr erleben werdet Ihr seid schwach So wie die Götter die ihr anflägt Ähm Wenig Mehr habe ich jetzt Einrüstung Wenn ihr die Reinigung von Fürst Dagon nicht mehr erleben werdet Die alte Reinigung ist nah Ähm Ja Der Tag bricht an Willkommen mein Bruder Machen wir es vielleicht schon spät Doch der Meister hat noch Arbeit für willige Hände Ihr dürft den Schrein betreten Harrow bringt euch zum Meister Er wird euch zum Diener von Fürst Dagon weihen Säumt nicht Die Zeit des Wartens ist fast vorüber Die Zeit der Reinigung ist nah So Harrow wartet dort drinnen Ihr solltet nicht mehr länger warten Ich werde ihm aber die Sachen nicht abgeben Wenn er jetzt gleich hierher kommt Ich bin Harrow Wächter des Schreins von Dagon Ihr seid dem Pfad der Morgenröte gefolgt Den der Meister Mann Karkamoran in seinen Schriften verborgen hat Damit habt ihr euch euren Platz unter den Auserwählten verdient Ihr kommt gelegen Ihr habt vielleicht die Ehre durch den Meister selbst in den Orden aufgenommen zu werden Als Mitglied des Ordens der mythischen Morgenröte Erhaltet ihr dank der Großzügigkeit des Meisters alles was ihr braucht Gebt mir eure Habe und legt diese Robe der Novizen an Was? Ich muss euch warnen Niemand der sich nicht in die Dienste Fürst Dagon stellt verlässt diesen Ort Aber ich bin sicher dass ihr euch das noch einmal überlegen werdet Ihr habt euch als würdig und geeignet erwiesen indem ihr so weit gekommen seid Ich fordere euch ein letztes Mal auf Gebt mir eure Habe Der Meister verlangt das von allen Novizen Dann seid ihr hierher gekommen um zu sterben So Schlüssel So noch ein Schlüssel Nehmen wir alle mit Dann machen wir das halt so Was ist das? Für Fürst Dagon Die Zeit der Reinigung ist nahe So Jetzt hier irgendwie weiter Da ist der Nächste Das ist ein Gold, nehm ich auf jeden Fall alles mit Das Paradies Was für Paradies Mal gucken was es hier gibt Ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen Das Paradies erwartet mich Ich fürchte den Tod nicht Käse, Apfel Also ich Ich möchte einfach meine Sache nicht abgeben Äh Hat jetzt auch nichts Besonderes 14 Gold immerhin Ich hätte jetzt mehr Äh Däldrische Ausrüstung Schwein von Dago Wo geht's da Lala Ne Jetzt Wofür Das hier Ah Zu einer kleinen Schatzkammer Äh Ne Gesellencalcinator Okay Hat sich nicht wirklich gelohnt Beziehungsweise eher gar nicht Bisschen Gold Okay In dem Bereich ist Nicht mehr außer der eine Weg Wo ich nicht weiß Äh Wie wir da durchkommen Nicht mehr Mist! Lobe ihn! Okay, er ist geflohen. So, Ruma. So, umflochtene Ledersandalen, Gold. Möchten Sie den Gefangenen befreien? Ja. Warum auch immer Mais? Zwiebeln. Eine Karotte. Noch eine Zwiebel. Silberdolch. So, dann Mysterium Xarxes. Ich habe den Geheimnis von Xarxes. Das Buch über die Geheimnisse der mythischen Morgenritte. Nun muss ich von diesem Ort fliehen und zum Wolkenherrschertempel zurückgehen. Jetzt ist das Ding hier zusammengebrochen. Weil ich das Buch habe. Ja, aber haben wir dann beide Möglichkeiten einmal gesehen. Gibt der Weg hin? oder? Du gehst mir? Ja! Ich gehst mir! Ich gehst mir! Das ist das. hier sind ihr fügt in dem Tod nicht und rennt weg für Fürst Dagon ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen ihr könnt der Wachsamkeit des Meisters nicht entkommen was ist mit denen? wo rennen die hin? wo rennt der Idiot jetzt hin? dann hast du auch kein Problem damit jetzt drauf zu gehen ne? so wo sind die anderen? wer bist du auf einmal? wer bist du auf einmal? wo rennt er hin? wo rennt er hin? ok wieder zwei Toten ne doch nicht Alter was musst du ihnen wirklich hinterher rennen? ein nannte Persönlichkeit So, wo sind die hin? Sind die da durchgegangen, oder? Da gab es noch was. Das hier. Hier sind sie. So, was hast du, Glaskurtschwert? Alter, das hinterherrennen, das nervt. Klar, die wollen jetzt alle nicht draufgehen, aber... Die sind ja meine Feinde. Und die werden weitermachen. Also die haben nicht vor, jetzt hier aufzuhören. Julius flieht ums Liebeleben. Wo sind die hin? Hier weitergegangen? Wo ist das hin? Zur Vorkammer. So, alle erledigt. So, das hier. Ah, das ist ein Ausgang. Oh nein. Oh nein. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich habe diesmal alle, die dort waren, gekillt. Diesmal gab es auch andere Sachen, die man einsammeln konnte. konnte. Ähm, habe ich jetzt mal alles mitgenommen. Ich habe jetzt auch irgendwie einen Schlüssel bekommen. so für ein Lagerhaus. So, für ein Lagerhaus. Oder Lagerraum. So. So. Und sowas nehme ich jetzt auch mit, so Kleinigkeiten. Ah, hier haben wir einen Ausgang. Ah, hier kamen wir jetzt an. Okay. Dann sind wir jetzt hier eigentlich durch. So, bei einem Gesellen der leichten Rüstung verschleicht die Sohn 50. Ja, ich bin mit dem Geheimnis von Xaxas gekommen. Nun muss ich das Buch Martin in dem Wolkenherrschertempel überbringen. Oh, und es schneit. Äh, kann ich jetzt mit ihm reden? Wie geht es euch? Danke, dass ihr mich gerettet habt, Freund. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber es ist klar, dass Akatosh euch leitet. Ich bin Priester im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Vielleicht werden sich unsere Wege eines Tages noch einmal kreuzen. Äh, was wollte die mythische Morgenrote von euch? Das waren sie? Alles, was ich weiß, ist, dass sie mich ihrem finsteren Gott opfern wollten. Wenn nicht doch nur die Erinnerung an diese Hölle loswerden könnte. Habt ihr sonst andere Gerüchte? Ich habe gehört, dass irgendein Kult namens mythische Morgenröte für die Ermordung des Kaisers verantwortlich ist. Okay, äh... Schönen Tag. Das speichere ich auch noch mal. Dann auf zum Wolkenherrschertempel. Ähm... Wie weit sind wir denn davon entfernt? Ähm... Sehr weit. Wollen wir schnell... Komm, wir machen eine Schnellreise dahin. Ich glaube, würde Sinn machen. Jetzt im Ausnahmefall halt. Ihr solltet mit Martin reden. Er wird das Mysterium Xarxes sofort sehen wollen. Äh... Nein, mein Kameran ist damit geflohen. Vielleicht... Äh... Ich habe das Mysterium Xarxes. Äh... Joffrey, nettes Gespräch. Grüß euch. Grüß euch. Grüß euch. Ähm... Baraghan. Äh... Martin. Ah, ihr seid zurück. Ich sagte Joffrey, er solle sich keine Sorgen machen. Ich kann sehen, dass ihr schlechte Neuigkeiten habt. Ihr konntet das Amulett nicht beschaffen, oder? Nein, leider nicht. Äh... Ich habe aber das Mysterium. Bei den Neuen. Schon der Umgang mit etwas derartigem ist gefährlich. Vergebt mir. Ihr hattet Recht, es hierher zu bringen. Aber ihr solltet es mir besser geben. Ich kenne einige Wege, um mich vor seiner bösen Macht zu schützen. Könnte Xarxes uns nach Kameran leiten? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich vermute, dass das Geheimnis zur Öffnung eines Portals zu Kamerans Paradies in diesen Seiten verborgen liegt. Aber ich benötige Zeit. Das Herumhantieren mit dunklen Geheimnissen, selbst schon deren Lektüre, kann sehr gefährlich sein. Ich muss mit Vorsicht fortfahren. Währenddessen solltet ihr mit Joffrey sprechen. Berichte über Spione in Bruma bereiteten ihm Sorgen. Okay, äh... Was hat das mit der Daedra-Magie auf sich? Als ich zum Priester wurde, schwor ich den dunklen Künsten ab. Aber darin kann man auch den Weg des Schicksals sehen. Die Götter können alles zum Guten wenden. Solch fromme Worte sprach ich zu denen, die mich um Rat aufsuchten. Vielleicht werde ich dies eines Tages auch selbst glauben können. Und wegen dem Mysterium des Tarsus? Dieses finstere Buch wurde von Merunes Dagon selbst geschrieben und von ihm an Mankar Kamuran weitergegeben. Ich glaube, Mankar Kamuran hat es benutzt, um sein Paradies zu erschaffen. Dies sollte es uns ermöglichen, selbst ein Tor dorthin zu öffnen. Ich werde es weiter studieren. Okay, und mit den Oblivientoren? Mir ist jetzt klar, dass sich die Invasion aus Oblivion einzig und allein durch das Wiederentfachen der Drachenfeuer abwenden lässt. Kaiser, Amulett und Drachenfeuer. Mit diesen göttlichen Gaben wurden die Daedra aus Oblivion jahrtausendelang in Schach gehalten. Solange die Drachenfeuer brannten, wurden die Daedra durch die göttlichen Barrieren daran gehindert, unserer Welt mehr als nur flüchtige Besuche abzustatten. Doch die Drachenfeuer können nur von einem Nachkommen septimischen Blutes wiederentfacht werden, der das Amulett der Könige trägt. Darauf beruhten die finsteren Pläne von Mankar Kamuran. Sein Vorhaben wurde lediglich durch puren Zufall zunichte gemacht. Doch sein letztendlicher Sieg ist gefährlich nahe gerückt. Wir müssen das Amulett der Könige zurückholen und die Drachenfeuer wiederentfachen, bevor es zu spät ist, um der Invasion von Dagon Einhalt zu gebieten. Alles klar. Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen zumindest einen Teil des Mysteriums Xerxes übersetzt habe. Ich spreche in der Zwischenzeit mit Joffrey über diese Spion. Das Amulette Könige moderner Ketze? Was hier im Xerxes? Was hat er finden? Wir waren. Wir waren. Wir waren. Aber ich würde sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's. Euer Max Deus. Und ciao. Euer Max Deus! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020